Leute, ich habe eine traurige Mitteilung für euch. Es wird nie wieder Totally Accurate Battle Simulator geben. Landfall Games hat die Entwicklung und Produktion eingestellt. Weil... Weil... Weil sie sich stattdessen jetzt auf ein neues Spiel konzentrieren. Und zwar Totally Accurate Battle Zombielater. Und ich würde sagen, wir starten das Spiel direkt mal. Ich habe bisher nur 2-3 Sekündchen vom Startbildschirm gesehen, weil ich das ja irgendwie in OBS einstellen musste. Und ich würde sagen, wir schauen direkt mal rein. Äh, wo ist das Spiel? Da. Okay. Alles klar. Sieht schon nicht schlecht aus. Nette Animationen. Players Connected. 900... Oh, 954 sind schon online. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich nehme... Hort. Für beides. Hä? Keine Quick Match? Serverless? Das Spiel scheint ein Online-Multiplayer zu sein. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal ein Click Match. Ich habe keine Ahnung. Äh, worum es hier dabei... Okay. Okay. Mal eben die DPI von meiner Maus hochstellen. Äh, die Mausbewegung. Okay. Ich kann... Linke Maustaste schlagen. Rechte... Das ist, glaube ich, schubsen oder so. Und... Okay. Linke und rechte Maustaste. Wir können springen. Was machen wir denn hier? Wir gleiten über dem Boden. Okay. Alles klar. Was... Was müssen wir machen? Das... Hä? Okay. Eine Art Menü. Okay. Wir scheinen wohl auf irgendeiner Art Server zu sein oder so. Aber... Okay. Ich habe scheinbar ein... Waffenmenü oder sowas. Leute. Was? Ah. Okay. Kleiner Leck. Was ist das denn? Da hinten scheinen auch noch welche zu sein. Okay. Was bin ich denn? Bin ich... Wow. Wow. Leute. Geht weg. Okay. Zombies sind also grün. Kann ich irgendwie rennen? Oh. Mit Shift kann ich rennen. Bin ich jetzt... Bin ich jetzt auch ein Zombie? Nein. Okay. Digga. Was geht? Eat a bitch. Pick up. Oh, ich halte mich cool. Jetzt habe ich... Ich habe Shotgun-Munition. Okay. Die Musik ist echt gruselig. Munition, ja. Mehr habe ich aber auch nicht. Eine Waffe dazu wäre auch ganz nice. Bin ich hier alleine? Oh, nice. Da habe ich gerade jemanden gesehen. Oh, man. Ja, ja, ja. Oh, was geht hier ab? Was geht hier ab? Alter, wo kommen die denn jetzt alle her auf einmal? Okay, der lädt nicht automatisch nach. Das ist schon mal fatal. Okay, ja, hi. Wow, das ist äh... Meine Facecam hat schon wieder irgendwie... ...hat tierische Lags irgendwie. Okay, wir haben also direkt welche hier gefunden, aber das ist noch irgendwie... Irgendwie ist das ziemlich leer, das Game, ne? Also... Hier sind noch nicht so viele vorhanden. Kriege ich Fallschaden? Ah, okay. Ich wechsle erstmal wieder da drauf. Warte, oh, das war doof. Was soll ich denn mit den Ächsen? Können doch besser die anderen... Oh, Hunting Knife? Kann ich die auch... Oh, okay, hinfallen kann ich. Kann ich die droppen? Ich kann mit dem Mausrad nicht wechseln. Ups. Okay, ist jetzt noch nicht unbedingt so spektakulär, aber ich bin gespannt, was hier noch so kommt. Was? Nice! Ah! Okay, der wechselt die... ...wechselt die Waffe sofort. Man muss nicht drücken. Das ist schon mal... ...gut zu wissen. Oh, wie weit geht denn das da hoch? Okay, ich höre jemanden. Machen wir nochmal ein bisschen lauter. Da! Boah! Boah! Danke! Nice! Hä? Und gone? Okay, ja, gut. Geh mal. Wo willst du denn hin? Hä? Wo willst du denn hin? Das sieht ja schon irgendwie lustig aus, wie die so nach hinten kippen. Gibt es hier noch mehr? Ah, toll. Wo kommt denn die Musik her? Wieso hat der jetzt Musik gemacht? Wieso hat der jetzt Musik gemacht? Stirb! 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 Okay, also wir sind einer von 950 Beta-Testern übrigens. Okay, könnte eventuell sein, dass ich die Musik rausschneiden muss. Schauen wir mal. Wobei ich monetarisiere ja nicht. Also von daher kann mir das eigentlich relativ wunkel sein zur Not. Was? I'm Rick from The Walking Dead. What is she doing? Sagen wir ihm mal Bescheid, dass es ne Aufnahme ist Very... empty... map. was ist er denn ich habe übrigens jetzt gerade mal eben ein ohr frei gemacht weil mein sohn gerade irgendwie könnte sein dass ich gleich mal eben kurz pausieren muss okay nice mehr leute finden ja es dürfte eine ziemlich schwierige mission werden noch mehr überlebende zu finden toll jetzt bin ich wieder in der stadt scheiße schnell ich brauche eine waffe weiter habe ich mich erschrocken scheiße keine munition da dafür aber alter verreckt doch verreck den habe ich aber weit geschlagen ich pack schon wieder wo schieße denn da ist einer alter warum 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 ich bin wie ich bin du 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 Das war's für heute. Blum 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 CME! Hä? Was? Wieviel FPS habe ich eigentlich? Okay ich habe durchgegenший 30 впs aber warum traut ich nicht meine kamera so Laufmass averangl Flight Geil. Erstmal, mach nix Falsches. Und dann join to our team. Sure. Aber ich habe irgendwie ziemlich wenig Musik. Okay, jetzt ist die Musik wieder aus. Äh, ziemlich wenig, äh, Munition. Äh, egal. Und. Ey. Komm schon. Wieso hat der immer so eine Musik? Okay, ist hier vielleicht noch einer? Beziehungsweise ich brauche Ammo. Ich brauche Ammo. Das sieht wohl lustig aus, wie die laufen. Was ist das? Nee, sie sagen. Ich glaube, floating in das Rad. Der Wolf ist hier wahrscheinlich. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Okay. Alles klar. Was war das denn für ein Typ? Namen wären sehr praktisch, ne? Boah, meine Kamera hängt voll hinterher. Was? Bleibt in Formation. Alles klar. Komische Typen, die ich hier direkt gefunden habe, ey. We need find hideout. Why? Never had a night before. Okay, was passiert denn in der Nacht? Okay, den habe ich weggerackt. Haus. Alles klar. Was? 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 Was passiert denn bitte in der Nacht? Ich frage mich langsam, ob auf schlechteren Grafikqualität das vielleicht nicht besser ausgesehen hätte, aber ob ich dann vielleicht mehr gesehen hätte. Was? Was geht ab? Sind die oben, oder was? Oh, Buck. Einer ist oben. Dance Buddy in der Apokalypse. Oh, also irgendwie ist das mit der Physik noch ziemlich komisch. Ich glaube, die haben diese labilen Figürchen einfach aus Totally Battle Accurate Simulator genommen und haben einfach nur eine Ego-Perspektive eingebaut. Ich komme mir selber schon vor wie ein Zombie, deswegen wusste ich auch am Anfang nicht, was ich tun soll. Ob ich jetzt ein Zombie bin oder nicht? Und hier kommt irgendwie gar nichts. Ich bin weiß. Wenn es jetzt geht, oh 14 amii. Ich bin da unsere Sch depth, so weit übergeimpft und meinst� oh man das war schlecht da hätte ich auch drauf kommen können aber mein englisch ist bad irgendwie bug das ziemlich ich habe gerade echt übelst hp abgezogen bekommen was war denn das jetzt schon wieder warum backe ich immer so was 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 bin ich jetzt warum verrecke ich denn okay schon wieder gestorben also ich würde sagen setzen wir hier mal ein cut das war es erstmal sieht eigentlich schon ganz lustig aus man findet lustige leute ich gehe ja mal raus wir können 806 das sieht sieht cool aus ohne witz also ich habe wie schon gesagt wir machen jetzt erstmal katz sieht eigentlich für den anfang ganz cool aus aber ich glaube da müsste noch ein bisschen was kommen vor allem wäre es auf jeden fall ganz praktisch wenn das gequatschte mal irgendwie in einem kästchen oder so steht ich weiß normalerweise ist der chat in anderen spielen eigentlich immer echt voll nervig aber ich sag mal so eine teamfunktion wäre auf jeden fall schon schon mal ganz praktisch damit man dann halt damit nicht der globale chat es liest vielleicht mal an sich wie viele leute überhaupt auf dem server sind weil wenn man mit drei leuten da rumrennt andere sucht und man findet überhaupt keinen ja keine ahnung dann kannst du ja lange suchen wenn keiner drauf ist so also ich bin mal gespannt was da noch an updates kommt sieht auf jeden fall schon ganz cool aus und wenn es euch gefallen hat dann gibt doch mal einen daumen nach oben abonnieren nicht vergessen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder bei totally bett totally accurate battle zombi later bis denn adios